jo leute was geht ab konkret am start und herzlich willkommen zum zweiten stream von flutrush das neue supercell game sind bei tag 2 und ich würde sagen wir suchten wieder weiter ein bisschen rein in die olga wie wir bisher ein gerasht hier live auf twitch ja klar warte mal links ist eine gute kiste die holmau ins scheiß auf die gegner das schlecht herr kartoffel moin und die nächste frage okay nächste runde das war die offene runde ja 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 88 ja oder und was mit und was es ist Zugriff, mein Jungen. Zugriff. Wir rasieren hier ein bisschen. Der Eseland ist shrinking. Der Eseland ist shrinking. Der Eseland ist shrinking. Bessere Hai? Alter. Ist ja 10 von 10. Vielleicht kriegen wir noch die Kiste dahin. Sei strong. Die kriegen wir sogar. Stark. Die römer uns. Die römer uns. Eliminated. Aber es ist doof, weil sie brauchen Heilung. Wir brauchen so krass Heilung. Aber hier ist nichts mehr an Heilung. Los geht's hier ab. Das verliere ich. Egal, zweiter. Wir machen progress. Bombardierer, Junge. Jetzt geht's aber ab hier. Le Bombay. Stark. Warte mal. Wie geht der? Der hat 8000. 4000. Der ist schlechter. Aber der hat viel mehr. Der macht ein Attack Damage. 700. Okay, der macht viel mehr Damage. Nächster runter. Round 2. Nächster. Nächster. Wir nehmen instant wieder den Hai. Wasser. Okay. Yes, sorry. Ich glaube, wenn wir in solchen Gegnern rushen, ist es ganz gut. Alter, den haben wir ja sowas von geholt. Nice, nice, nice. Guck mal, ist die Silberkiste? Äh. Zack. Schaffen wir. Den nächsten Eliminated, Junge. Stark, 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 sehr stark. Tausche mal aus. Nein. Jawohl. Da gehen wir mal in die Mitte rein, ne? Irgendwann müssen die Gegner kommen. Perfekt. Ja, das gewinnen wir. Easy win. Ginti works. Moin. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich. hier instanzen das goldner Oh, wir nehmen dann lieber den Goldenen. Oh, das ist sehr gut, dass wir die jetzt auf Dings haben. Uiuiui, ist das geil. Das ist 10 von 10, Smart. Yes, Sir. Nehmen wir uns unseren Teddybär mit. Und weiter auf Gegner pushen. Oh, 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 oh. Der Schlecht. die bessere die heute bessere sachen mit nehmen mit ich kann auch abgräben das ist stark was wir da bekommen haben da bin die early das war sehr stark ship level ich kann immer upgraden und das war's ich würde sagen, ein match machen wir noch warte, cancel, cancel, cancel ich kann claimen uh, neue karte anlockt da war der mellow ich kann auch instant upgrade ok, der dino ist neuer op-dings letzte runde für heute wir nehmen wieder den hai nach oben gehen und weiter nach oben das sieht sehr gut aus wieder die runde das spüre ich holen wir uns die hier dann könnte er versuchen schon auf gegner zu pushen mit erfolg oh, der wird den nächsten eliminieren stark das war sehr stark das war sehr stark ach, vielleicht kriegen wir noch die gleichen truppen den holen wir uns der hat gar kein problem das ist der dritte kill schon stark das war sehr, 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 sehr stark dann würde ich was sagen gehen wir weiter pushen auf die gegner ich bin Platz 1 bis jetzt ich bin Platz 1 bis jetzt ja, da bin ich early das sieht gut aus der nächste kill, den wir machen stark wir reißen die runde das ist ja unfassbar was macht denn der da steht der einfach auf, klar das ist ja unfassbar das ist ja unfassbar Ja, das haben wir easy gewonnen. Easy. Ja, wow. Nice. Sehr starke Runde, letzte Runde. Wir haben richtig dominiert. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Morgen. Morgen Abend wieder. Haut rein. Euer Konkori. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.